Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir wollen heute mal weiter versuchen, was wir schaffen beim F2215B. Gestern lief es ja absolut scheiße. Da war ich bisschen gefrustet. Deswegen habe ich lieber ausgemacht. Mal gucken, was da draus wird. Mehr an, ich weiß nicht, was da draus wird. Potenzial also. Ich weiß nicht, was da das W2215B ist. Das war's für mich. Fehl den Typen. Beide ich jetzt. Richtig. Time to roll out. 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 Wow! The enemy armor is hit! The enemy is hit! Oh, it's unlocked! He's lost a trap! We're stuck here! Critical hit! Trailer, let's go! Target is fired! Enemy hit! Enemy armor is damaged! Target is unlocked! We're in the end of the lives! Ready to fire! Enemy armor is hit! We can't see the target! Railout, this vehicle has had it! Ah! I can't see the target! This is the time The new way comes in sin An offer of surrender Say, ignore, contender The dawn of lost in years here Channel edited Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 im fünfer bereich das ist jetzt hier nur so zwischendurch mal ausnahme dass ich zehn erfahr verlieren wir die ganze zeit aus siehst du jetzt für den nächsten tagesstieg und gleich wieder da ach wenn du eben fixen kaffee genau so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, 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 ich will nicht. Geh weg, Ui. Die sind doch um die Ketten. Er bleibt da stehen. Ja, aber ich mag halt keinen Sammitschern annehmen. Oh, sie nervt. Bishop, hat die besten Freundin gefunden gerade. Ja. Ich habe jetzt mal einen Schuss rausgekriegt. Oh Mann, 4 zu 10, naja. Die werden wohl gleich aus dem Gefecht wieder raus sein. Schmeißer ein Rind. Auf dem hätte ich gerne auch einen Tagessieg. Da brauche ich nur noch 32.000 EP zum 9er. 5% für meine Kudeln habe ich den 3. Perk leer. Der 3. Perk ist bei mir der nächste Panzer der T110E3. Die sind die ersten, also die, die ich vom T95 mitgenommen habe, sind bei 99%. Aber dadurch bei Schnellausbildung wird ja der am wenigsten hat bevorzugt und der ist erst bei 67% vom dritten. Da ja einer dazukommt. Da ja einer dazukommt. Hm. Lucius, alles gut bei dir? Wow, ich bin nicht aufgegangen, trotz dass der LTDB so dichterlang gefahren ist. Was mich jetzt aufgumacht hat, würde ich gerne suchen. Ja, der LTDB. Weißt du, wie viel Fahnung ich hier drauf hab? Boah, alles gut soweit, ist der Conqueror auch hier auf meiner Seite. Ich mach sie da hinten einfach nicht auf. Irgendwo steht hier so'n Dreckig, hier ist Grau-Trum. Wo ist ein Günder? Ach, dort. Hä, warum ist denn... oh nein, ich hab den Haken rausgemacht auf meinem 50. Scheiße. Nein, ich hab den Haken rausgemacht für automatisch nachfüllen. Da hab grad gar nichts drin, da hab kein Rap-Kit, kein Peer-Kit, gar nichts. Ist schlecht sowas. Ich würde mal sagen, wenn du schießt, bist du auf. Ich steh hier nur hinter Büschen. Ne. Da kann sie locker durchgucken, durch die Bäume. Ja. Ja, aber was mich da vorne aufgemacht hat, würde ich gern wissen, der LTDB war fast beim Skorpion. Und dann hab ich erst geschossen. Ach, Churchill war eine Niederlage. Wie kommt das bloß? Weiß ich auch nicht. Ja, Lucius, also die Gefechte laufen nicht so gut. Aber sonst so war eigentlich soweit alles gut. Ich frag mich mal nur, wenn wir die ganze Zeit verlieren, muss es doch andere Leute geben, die eine tieflilane Siegrate haben, ne? Jetzt genug. Ich warte mal nicht. Gefecht zu Gefecht Jetzt wird mein Reload weniger bei dem Panzer. Dadurch, dass es die ganze Zeit UDES war, kommt mir die Kiste sauf langsam vor. Ja, ich war mit meinem UDES fast rückwärts schneller. Ich habe ihn aufgeklärt, den T67. Ah, nee. Und da muss doch mehr. Und da muss doch mehr. Da muss ich nicht mehr stehen. Obst du einen Panzer? Oh, das ist halt ein Dreck mit der Gun. Hmm. Oh. Nein, die Lev-Arte hat sich auf mich eingeklickt. Nein. Sit down. Gestern hatte ich auch was ganz lustiges bei mir im Stream. Kommt einer rein? Also der Name hat mir schon mal nichts gesagt, obwohl er eigentlich ziemlich hervorhebend ist. Also kein 0815-Namen, sagen wir es mal so. Er war einprägend. Ähm. War der Meinung, er war noch nie bei mir im Stream. Also ich war der Meinung, er war noch nie bei mir im Stream. Ähm. Kommt rein. Sagt zwar Hallo. Und nächste Frage. Kommt als nächstes. Wollen wir Zug fahren? Oder lass uns Zug fahren. Kommt dann. Nö, ich möchte ein bisschen alleine fahren. Okay, dann adde mich aber. Das ist immer faszinierend. Das. Weil wenn ich das mit jedem machen würde, der bei mir im Stream kommt, den gleich zu adden. Hab ich ihm gestern auch gesagt. Dann hast du weder Freundes. Oh Mann. Müssen überall die blöden TDs rumstehen. Was TDs? Excelsius war kein TD. Ja, aber der WZ da oben hat mich aufgemacht. Achso. Oh, 8 zu 10. Jetzt verlieren wir die Nummer doch. Aber. Jo. Oh. Ach, Mann. Naja. Wie war das? 50, 100? War eine Niederlage. Warum auch? Warum auch was anderes? Es fehlen nur noch 30.000, weißt du? 31, nee. Ja doch. 30.800. Ja, bei mir fehlen noch 80.000. Hab ich dir das eigentlich von meiner Badgett erzählt, dass ich mich so gefreut hatte, dass ich die 200.000 EP jetzt endlich zusammen hatte? Wollte die erforschen und ist hintergraut. Da musste ich wirklich erst diese Drecksgun für 26.000 EP erst noch erforschen und dann nochmal wieder 26.000 EP einfahren, damit ich mir die Badgett holen konnte. Das macht doch Spaß. Was? Ich hab mich so gefreut. Boah, letzte Gefechte, letzte Gefechte. Nimmst du jetzt keine freie Erfahrung und dann... Wie? Das geht nicht. Boah. Noch weiter fahren. Nein! Oh, Gott. Hast du immer noch den Haken vergessen? Ja. Andere fahren mit Stockpanzern rum, um sich Härte zu geben. Ich fahr ohne Redkit und so durch die Gegend. Oh Mann. Warte mal, von der Seite schafft man das auf H3, oder? H3, H3. Ja. Ja, ohne Probleme. Ich und Pro? Nee. Eher nicht. Ja, Pro-Noob. Ja, ja. Der Profi-Noob. Also ich war net offen. Ich ja. Warum? Ja, und T49 knallt mir den 900er. Ja, das Gefecht ist für mich schon wieder gelaufen. Alter Schwede. 916 gibt der Arsch mir. Ja. Ich hab noch was aufgeklärt. Ja. Oh, mein Schuss ging irgendwo. Ja. Ja. Ich hab eigentlich auch noch einen Schaden gekriegt. Ja. Ich mach mal ein Reload. Ah. Ah. oh komm Harika, trau dich 13.90m muss weg ich hab da mal was gespottet ich hab noch 13 Sekunden auch nicht schlecht AT15 schubst den HWK runter hier kannst du spotten was du willst, da schießt keiner drauf ja von hinten könnte jetzt gleich der 13.90m kommen ich baue es ja T10 du kommst bei der durch? ja ja nicht schlecht ich hab nen durchschlag von 288 und ne lasergun würden sie nicht alle wie blöd da rumfahren? ja hinter uns ist es offen hm? hinter uns ist... achso du meinst bei der base oder was? ja die E7 ist hinterher ja, zu der fahr ich mal hin AT15, gibt's noch nen TD oder der AT15? ja 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 und ich hab' ja 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 Okay. Ich habe wenigstens gedacht, dass ich einen Schuss rauskriege. 1200 Damage, das wird Target Seek. Sehr wahrscheinlich. Ich habe auch noch viel mehr. Churchill 1 Niederlage. Wow. Der richtige Churchill. Ja, mache ich gleich. Ach nee, der hat ja Special. Special gibt es doch gar nicht mehr. Doch. Ja, was denn? 5 bis 7. Komme ich auch so rein? Nee, 5 bis 6 ist der Churchill 3. Wer nenn doch den Churchill. Nein, dein Churchill, der ist 5 bis 6. Ja, und deiner ist 5 bis 7, passt doch. Ja, aber ich kann auch einen D nehmen. Ach, hast du den auch? Ja, aber ich muss eben kurz erst beim... Mach mal bei X den Haken rein. Genau, das habe ich jetzt vor. So. Hallo? So. Mein Kaffee ist alle. Ja. So. 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 aus voller fahrt getroffen aus voller fahrt getroffen aus dem wirken doch nicht gleich geht es dann wieder los zwei büschöpfe jetzt hat es gepackt die Adi mir noch wegzufahren wirken glaube ich ketten ne lass mich mal vor du hast so wenig hitpons oh der EO party Wer lässt sich denn hier als resetten? Nee, es muss wieder einer rausfahren. Wir können ja gewinnen. Jetzt nicht mehr. Die Gegner ist rausgefahren, wie geil. Nee, ist unentschieden. Ja, dank Skoda T25. Er ist rausgefahren. Yeah. Ganz klasse. Da ganz fein gemacht, Jungs. Ganz fein gemacht. Boah, hier Bergpass war echt. Boah, das hat 4k XP gebracht. Wie viel ist es noch beim Churchill? 2400 EP. Okay. Halt, ich muss die Option mitnehmen. Ich hab da jetzt auch die Grundstürme draus gekriegt. Aber ich weiß auch schon einen Panzer, den ich verkaufen werde, wenn mir die Kohle fehlt. Welchen denn? M40, 43. Nee, Artis verhalte ich alle. Nee, weil sie macht mir keinen Spaß mehr. Ich hab so das gestern wieder gespielt. Ich hab mal ein 2N60, weißt du? Das ist, äh, selbst das 2N60 macht im Moment keinen Spaß. Ich fahr auch keine Artis, aber ich verkaufe sie nicht. Ich finde es lohnt mir die Dinger zu verkaufen. Oh, ich hab, äh, vorgestern hab ich 7 Tage Premium geschenkt bekommen. Von einem aus dem Stream. Okay. Er hat letzte Woche Sonntag gefragt, wo denn mein Donate Button ist. Und da hab ich gesagt, gibt's bei mir nicht mehr. Aus mehreren Gründen. Und dann hab ich halt gesagt, nehme aber sozusagen ingame Geschenke. Wann bin ich schneller als du? Du hast wahrscheinlich einen Monat drin. Ach so. Ich zieh da aber rein. Ich zieh da aber rein. Doch, geht auch. Nein! Die ganzen Duhlen. das war knapp ohne uni den können wir vorlassen meine damage ich lass keinen vor hast du mir jetzt den kill geklaut? ich hab kein red kit dabei was soll denn die scheiße da klaut er mir zwei kills im Prinzip nein wir drehen doch nicht weg setze ich denn jetzt hier vor mich? da ist heavy far jetzt ans erste gefecht mit dem panzer hier war genial 1700 damage gemacht und fünf kills ja wo ist die crusader sp? würd mal sagen von der krieg nichts mehr ab schade war der t25 im weg ein sieg ein sieg ein sieg ja ich kann die nächsten erforschen aber ich könnte auch die nächsten 7000 ep noch so einfahren dann habe ich die frei xp für ich hätte nur einen turm auf nächsten panzer ist glaube ich besser oder? ja mir fehlen hier noch 35.000 96 prozent hat die crew jetzt aber ich nehme jetzt mal ein rap kit mit finde ich nicht eins habe ich doch drin wieso habe ich sie nicht genommen? oh war da kein haken drin? verstehe ich nicht hat es das schon genommen? oder es war vielleicht cooldown drauf? nein eigentlich nicht ja wenn du die sechster nimmst dann nicht die art jacht weil ich will die tote stern haben der wird auch rausgenommen wurde mir gesagt warum? er soll jetzt aber erst der heavy getauscht werden und dann soll in ein zwei patches soll der also danach soll dann in ein zwei patches der tote stern getauscht werden und was soll dann kommen? keine ahnung das habe ich nur gehört neue tote stern ja der kann denn nun wirklich fliegen und sieht aus wie ein mond weil die können ja eine einfache panzer rausnehmen irgendwas müssen der also das hat zu bringen ja wie gesagt das habe ich nur so auf dem super test server sind auch zwei neue russische premium fahrzeuge gerade also wieder 60 gft der sieht aus wie die 212a ohne scheiß wie die 9er russen artig so sieht der aus vom chassi her ich sehe gerade nix da ist ich sehe gerade nix da ist ja nur ein bisschen kleiner die baby hofft hier unten ja aber oder eine größere version von der 6er fv ad aber eher die 212a jetzt in so nix da war so nix ne ich habe gar nicht geschossen aber guck ist gut sie ist 60 schon tot der dachte auch ich bin top tier ich kann oder ich bin hier 5er td ich kann alles machen gleich wird sonst die hummel passt auf der schießt natürlich einige schneller ja aber gegen uns zu hat er auch keine sonst das war ein bisschen viel t67 at 80 oder t24 am x ja das war ein bisschen viel t67 at 80 oder t24 am x nein t67 hätt ihn rausgenommen ahhh die campen alle da hinten ahja wollen wir mal was witziges fahren ich meine du hast bestimmt nicht wer war was denn aber warte ich muss vorher in dem was reinpacken musst du nur sagen wer die tierstufe 36 will so j организ vellschaft ich automatisch auf füllen ja ne tauck bist leiter durch Ich hab dir Panzerbruch. Das ist dann zuviel für meine Gefühle, die fahrende Brücke. Obwohl du bist kleiner als ich. Aber länger. Ein bisschen. Und nur ein bisschen niedriger. Aber da hörst du Spaghetti vorne dran. Hummel, Hummel, Loa, ja wunderbar, ich freu mich. Ach, ach, super. Soll ich was losfahren? Frau K., ich würd fahren. Ich bin hier rein. Ich bin hier nicht. Ah Wer ging sonst nur hin? Ach, die kommen schon. Du weißt, wenn wir offen sind, sind die Art, die sagen uns. Ja. Hier steht noch irgendwo ein Ruby. Ich schieße und er fährt. 3485M steht. Ja, ich lad noch nach. Der hat mich gleich ausgerüstet. Ich treffe ihn erst gar nicht, weil ich viel zu schnell bin. Siehst du? Man muss nur im richtigen Augenblick zurückfahren und schon treffen die einen nicht, weil man viel zu flink ist. Ey, das ist unfair. Ich habe nicht so eine gute Sicht weiter. Die wären ja gar nicht durchgekommen, hätten sie nicht nur Gold geschossen. Oh, das ist ein Sieg. 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 Du brauchst den Jepang, der ist vorbei. Ja, noch voll an dem Frontrenn fahren. Tuttle 1 ist immer auch im Gefecht. Immer noch. Dann schmeißt du was anderes drin. Mhm. Das ist auch so eine undankbare Karre. Der ist gut, wenn er die richtige Map hat. Deiner oder meiner? Meiner. Ja, ich meine auch den 110er, der ist ziemlich undankbar. Ich habe zum Beispiel auch eine Drecksmatt, eine richtige Drecksmatt. Und wir starten von der falschen Seite, finde ich als CD. Und wenn du keine Spots hast, bist du so geliefert. Aber ich fahre in der City. Boah. 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 Und wenn du doch. Noch ein paar. Boah. Untertitelung des ZDF, 2020 Oops Der andere 110er ist ganz schön mutig Aufgeklärt, oho Ja, ich ziele auf die Oberwanne Vom T32 und treffen einen Turm Oh, das ist nicht wahr Oh, diese Kanone Ich kann ja in der Stadt leider nicht helfen Alles gut Oh, das ist nicht wahr Wow, T32, du hast eigentlich so eine gute Gun Ja, drüben ist gefein Oh, das ist nicht wahr Oh, das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der Mitte ist noch dieser dumme Panther, der schießt auf mich. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich schieb nur auf den Mord. Der Rest, was rumsteht, ist ja egal. Ah, uh, das ist eh. So gut schnippeln kann denn der 110er auch nicht. Wie viele Lebensburgdaten denn noch? Sehr. Äh, viel. 1200. Wanda hat jetzt noch 1000. Ja, 800. Vorsicht, weiß ich nicht. Du bist offen. Ich werde da stand der M4 vor dir. Ne, der Reinmetall hat mir auch gemacht. Ja. 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 Na, vaack. Ja. 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 Jetzt geht es hier aber los. Wo ging denn mein Schuss hin? Hat dich der Lux auch gefunden? Ja. Die Dinger müsste mal Bode werden. Nein, Tertil, sie wünscht mich nicht. Aaaaah. Ich habe schon 1.000 abgewehrt. Ich bin da auf dem Weg zu dir. Oh, ich habe ein T40 aufgeklärt. Ich habe ein B1 aufgeklärt. Ich habe ein T30 auf dem Weg. Ich habe ein T40 auf dem Weg. Ich habe ein T30. Ich habe eine T30 auf dem Weg. nein da kommt der luchs habe hier ein problem auch ins tod rechts kommt der luchs er kommt natürlich von hinten kommt er durch ach so du meinst er kommt da nicht durch die lücke durch ja jetzt bist du dran unser leopard hat dich erlöst ich habe schon drei 990 browser ok das haus geht nicht kaputt da kriegst du glaube ich nichts mehr von das leben also stahlwand ist mir jetzt sicher ich habe nerven aus stahl erste klasse ich habe ein bisschen was 5.000 ep runden aus aber aber hier nicht haben wir recht lang ja übers wasser brauchen wir gar nicht mehr zu fahren warum denn nicht menschen sind die schnellste manzer ich habe das eben gerade im tock gezeigt ich war so schnell dass sie mich kaum getroffen haben du hast ja auch eine oi neben dir stehen wo jeder drauf geschossen hat ja aber trotzdem haben sie auch auf mich geschossen und die schütze ging immer vorbei aber der 38 an er hat eben schon gelehrt der war auch glaube ich sehr frustriert oder danke dir los dir noch einen schönen sonntag schöne ist wie hoch die kann geht ja genau da willst du jetzt hoch die tote kronen wills du hast echt zu viel geld wegen für munition ne was kostet das hier ich kann nicht aufgehen ich habe keinen sechsten sinn also gehe ich auch nicht auf das ist auch eine gute logik ja ja also kann er T1 Heavy oder oooh hm machen wir jetzt drehen wir wieder um jo oh bis der sich dreht sind manche schon da hinten ich habe doch gesagt wir hätten wir auch hinfahren müssen ja jetzt geht der ikv auf weiß er oder wann nein machen wir nicht mal Proxy was auf doch jetzt wird hier oder oder auf ja das war auch in der ich bin dann das war ich Ich noch nicht. Ja, das dauert nicht lang. Bist ja auch nicht im Boxi-Spot drin. Äh. Heute werden das einer machen. Oh, unsere 7er-TDs können sich auch bewegen. Wieso will du jetzt gleich einer rein, wenn ich dir an der vorbei fahre? Ich gehe gar nicht von da. Ich muss ihn mal schnell was er lassen. Oh. Ah. Ich bin auch gleich wieder da. 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 hier sehe ich unsere hummel nicht schießen unsere su 152 hat ja auch alles kaputt was nur geht ich schütze lade schütze leider wz macht richtig der macht boxe auf aber uns ratis treffen hat oder für 20 hat sie gesplasht 152 schieß vom franken schuss von der welt und sogar eine die letzte zweck warum fängt er sich netten schuss andersrum drehen was eine geburt wie war das panzer tango ich habe tausend erfahrungspunkte bekommen aber ich habe ja auch booster noch für 20 minuten laufen das beste map für uns die macht mir Spaß also beim letzten mal bin ich da wie ein f2 hingefahren konnte ganz gut wirken dass dann irgendwo aus der hintersten ecke ein t34 was hier dieser medium angefangen hat gold zu ballern und er wollte nicht aufgehen ich meine church hat ja auch eine sichtweite kann ich den teller weiterschmeißen als der gucken kann ich kann keine holeballen zerschießen lieber nicht groß genug geht einfach durch ich ich kriegt hier einfach die arti her ich 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 Oh, Treffer! Oh, Kaffeeins! Hey, hier steht noch ein Jagdbander. Sei doch hoch. Komm mal an den VK dran. Na, wofür hole ich meine Besatzung eigentlich wieder? Das war keine gute Idee. Ihr tote Timos. Aha. Das war dir doch voll klar, oder? Aber ich hatte Wander überlebt. Ja. Ja, es gibt einen Sieg. Ja. Fack Sieg. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Das war's. jetzt hat der weg warum sonst guten morgen skin yo oder mahlzeit eher mahlzeit bei echten sieg und was doch doch das gibt sieg Wie laufen deine gewerteten Gefechte, Skinnyo? Boah, hier guckt ihr immer die Macht der Churchills an. Ja, mit die HE-Schuldern da sind viel schlimmer. Ah, Panzer 4H, ich weiß. Wird der S35CA jetzt dahin, wo er hingeschubst wird, oder was? Weiß ich nicht. Soll ich noch mal drehen? Wollen wir's mal gucken. War gerade ein bisschen verdächtig, oder? Wird ein bisschen nach rechts gedreht, fährt er in die Richtung weiter. Wird er von mir wieder zurückgedreht, fährt er weiter in unsere Richtung. Oh, Churchill, du musst mich auch durch die Mauer durchjagen, ne? Ja. 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 Da komm mir sofort! Aber das Haus geht auch ganz kaputt... mein spiel fährst aber fleißig weiter fährst fährst ja, fahren wir zurück, oder weiter zu deren Cab gut auf einmal glaub ich schon mehr Cab Punkte sollen wir da ankommen ja zurück ist genauso der t34 müsste zurückfahren ja er rammt nicht lieber ja er ist verloren auch unser turtle kommt nie seit ich an ja ich kann das nicht verkneifen ich bezahle deinem panzer was willst du mehr nach der runde bin ich dann kurz was essen 10 minuten für die stunde bin ich dann wieder da boah diese map und dann ein e25 fangen wir hin in die mitte da rein da wo wir wieder holzerecken haben ja ich bin schon von 5,8 sekunden reload auf 4,6 sekunden reload runter ich gehe die kanone hoch ah er hat die große gun drauf da ist ein kaputt nein ich bin auch gerade geworden auto aim scheiß weg da kommt der e25 nur von welcher seite holding auch gut ich muss noch nicht passen ganz neu Klassen ich wollte eigentlich zwischen dich fahren aber ich kam ja dazwischen ja alles gut ich bin eben fix was essen bis gleich ich bin fix was ich bin fix was ich bin fix was ich bin fix was Das war's für heute. 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 Ich weiß das war's für heute. Irgendwie wahr, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ihr schießt was auf mich ich glaub das ist die arty im 3-lieder ist er ich war ja schon mit in die burg rein du bist jetzt tragen sie sich vor mich wo ist der durchfallwagen wenn ich mich treffen will der elektro geht mal auf den sack jetzt hat er irgend so ein churchill direkt sein turm eben vor mich gestellt ich war es nicht jeder noch einen kill ja jetzt gehts hin weil du wieder keinen bock hattest doch ich stehe hin nicht hin nee wollen wir wetten nein wollen wir wetten gegner im gefecht verloren ich hätte nur die sue anschließen müssen die schlanken haben vor mir ach so ich dachte jetzt schon du wolltest mich ja ja siebener panzer sechster panzer so nicht siebener siebener wär schön so churchill kaufen ohne besatzung so ketten mit freier erfahrung kettner auf großen motor rein da bleibt ja erstmal nichts anderes als diese kanone rauf zu packen garage churchill 1 verkaufen besatzung zur kaserne hat ktion schirche 1 1 2 wo respecting Funkern... Churchill 1, da hat der Einrichtsschützen weniger, das ist echt... Ändern auf Churchill 7 und da als Funker. Unfassbar. Besatz und Umschulen für Credits. Wartung. So, das, das, das automatisch auffüllen. Auf dem Panzer muss ich auch schnell eine rauchen, sonst verliere ich die Nerven gleich. Du willst dafür, dass der so kommt. Äh, der AT-Dings. Genau, diese scheiß Kiste. Und nicht die große Zahn. Noch nicht. Okay, ich bleibe am Spawn stehen. Bin gleich wieder da. Ja. 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 Blöde. Ja. 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 Das, der waspielte in der Kriegsfeindr 들어있en. Du willst. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir haben sie nicht mal angekratzt. ZDF, 2020 Jetzt sterben! ZDF, 2020 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 Ach du blöde KV-2 ey. Warum nimmst du den nicht raus? Weil ich nicht so viel Schaden mag. Ich komm nicht durch bei dem. Das ist mein Problem. Weniger Penner als der 5er anscheinend. Der 5er hatte ich kein Problem mit dem T-34-85M. Da ist ein Kopchen da hinten. Ich sehe das Problem mit dem T-29. Ich hab' den ersten weggekriegt. Hinten in der Ecke steht der VK-30. Nur noch das scheiß Korbchen da liegen. Ich weiß gar nicht warum ich überhaupt auf den AT-7 geschossen hab. Ich weiß gar nicht warum ich überhaupt auf den AT-7 geschossen hab. Ich steh' dir in einem Steinbücher zu. Ich steh' dir in einem Steinbücher zu. Aber der einzige mit richtiger Sichtweite wüsste doch der Skorpion sein, oder? BKV hat auch Sichtweite. Ja. Genau. Auf jeden Fall nicht der AT. Okay. Deshalb erstmal muss der scheiß Skorpion weg. Wenn der Skorpion Hyrule hat, dann bist du sogar weg. Das wollte ich nicht hören. Und ich weiß nicht wann ich auf bin. Das ist nix Problem. Was hat unser Tiger für ein Problem? Wartet der da drauf, dass der Skorpion wieder aufgeht oder was hat der? Ich werde auf kaputt. Komm raus, die Nummer ist durch. Der Tiger 1 der wird da doch in 5 Stunden stehen und warten, dass der... Ja, der Skorpion macht alles auf. Lass uns mal Knete zwischendurch fahren. Bitte nur gescheitene. Immer 10er. Ja, das ist normal. Wenn du im Zug 8er fährst, kommst du zu 70% ins 10er. Und das bin ich der Meinung, ist häufiger geworden als vorher. Ja. Nein, die haben das nicht schmeckt. Das ist besser. Ja. 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 unser U da ist schon tot unser einer ach ne deren Gegner das hat unser getötet ja ich sehe ja nichts das was der 100 auch macht ich kann das hier hingucken ja bis kurz vor die Küche dazu brauche ich keinen Scout jetzt sehe ich auch so warum kommt ein paar Kommando Luca beim Tiger 2 nicht durch hier kommt er an den Schutzwagen da ran montiert nicht ich sehe ich habe ich sehe ich habe ich sehe ich habe ich sehe ich Komm mit, das war doch noch einmal hoch. Gut, der Fritzwagen ist tot. 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 Ach, das habe ich die Spring getroffen, das geht mir gar nicht. Gut, der Fritzwagen ist tot. Gut, der Fritzwagen ist tot. Das ist gar nicht so leicht so. Ah, ich glaube ich kriege nichts mehr ab. Aber 2300 ist auch ganz okay. Gut, der Fritzwagen ist tot. Gut, der Fritzwagen ist tot. Von hinten. Unser Ferdi. Ist die mir ne Schuss gefahren? Oh, konnte sein. Niederlage war ja klar. Als falsche Panzer. Ich glaube, wenn ich die durch habe, bin ich froh mit dem Scheißradio. Das ist doch mal ne schöne Netz für mich. Du machst den UI kaputt. Ich den UI kaputt. Und ich fahre halt einfach auf der Nuller Linie mal durch. Oh, mit dem mitkommen auf der Nuller Linie. Ne, für dich ist der UI. Ja, haha. Bei dem komme ich nicht durch. Also mit einem Fünfer war das kein Problem. Der hat dasselbe Gun, aber ich habe fünf weniger Pin. Ich fahre schon zur Brücke. Ich komme mit. Fahr doch Nuller Linie. Ne, da steht die Scheiß P67. Was wird das denn jetzt hier, KV-1S? Fahrt, ich wollte ihn grad drehen. Er war zu schnell. Das ist ein M4 und so. Ein Premium Panzer. Den kannst du ne Zeit lang kaufen und auch durch Aufträge gewinnen. Guck mal, da kommt dein Freund. Jaja, ich seh das schon. Aber ich werd jetzt gaanz fix crossen. Hast du gesehen, wie schnell ich hier gekrosst hab? Und hier eigentlich hab ich mich geschme 24喝 gestern zu bekommen? Mach des Trach in den Ecken. Und jetzt kommt der Mussteig zu werfen, dort werden пойören. Und hier zтаки fahren. ich bin das hier vor mir warum wird mir der cover 1 unter der erde angezeigt weil der gerade runter gefallen ist mit einer scheiß Jagdpanzer da was willst du dankeschön habe ich rechtzeitig reagiert ich glaube das war sehr sinnvoll dass wir so gepusht haben ab ach kv1s zu nerfs die ich hier drauf hab Irgendwas schießt hier noch auf mich... Ach, von da hinten ein Stück! Ja Komm mit mal Kehrpunkte In so einem Gefecht ist das Ding gar nicht schlecht Gut, das ist nicht mal im Großkaliber Naja, es baut dir ja fast alles, du kannst dir durch haben, wie ein T95 Wo ist Wasser? Ganz recht Ich glaube, da fahr ich jetzt rein Nein Guck mal, du nimmst den UDES Jaja Und ich nehme die SU-100Y Einer Strom Wollen wir wirklich zu der Heavens fahren? Ja T34 Ja Der uns einfach mal so snapshotten kann Ja Ja Ja, so schnell wie du Bist ein Tucken schneller, glaube ich Ich fahr 19 kmh Oder 20 19 18 Ja im Moment 20 20 Ach, die schießt was Doch, das war ein Schnapp Mal ich bin auch da schon kept순 Oliver Um Kurt 0 0 8 0 0 Ok, 4.30 gebounced. Ist der Puls. Aber die Arti nicht. Ich habe einen T-43 mit dem ersten Schuss angefreckt. Scheiß Arti. Ich habe einen T-43. Ich habe einen T-43. Ich habe einen T-43 gekümmert. Oh, das hat ja klappt. Ich habe nur 750. 1200. Ja, ich habe den T-34 gearbeitet. Ich bin ein bisschen öfters gebaut. Ich bin sofort hier geworden. Ich habe einen T-43. Ich habe einen T-44. Ich habe einen T-43. Ich habe einen T-44. Amen. Amen. Ah, Mahlzeit, Hellboy. Amen. Wir haben gewonnen. Ja. Hast du was anderes erwartet? Ich hab schon 31,4% von meiner Gunmark. Also wenn das so weitergeht, mit immer 2000 EP, dann ist der Panzer schnell durch. Machst du immer noch Bonus an? Ja. Ne, nicht rein bei der Kiste. Wo soll ich denn jetzt hinfahren, bitteschön? Tja. Ich fahr links lang. Steht ein Udys irgendwo dahinten, das weißt du nicht. Ja. Ja. Da knürst du dich doch drum, hast du gesagt. Sonst hast du keine Schmerzen, oder? Ja. Hm. Waren ja viele lang. Ich steh. Ich steh. Ich steh. Die Stich hat nicht kaputt. ja 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 wenn ich komme in die Pflichthof da hast du einen D29 im Spaß Das war's. Schön, dass man bei Kettenrädern nicht mal durchkommt beim KV3. Also immer kommt vor links gleich ein KV3 und rechts kostet ein T29, falls es dich interessiert. Ach, da ist genug vor mir. Ja, ja, KV3. So, ich hab tausend Schaden gemacht, du wirst mich mehr. 338. Da hast du gesehen, wie man im KV3 durchkommt. Ja, ja. Das hat er mir aber nicht gezeigt, er hat mir nur seine Seite gezeigt. Kommst du raus? Ja. 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 Das war's für heute. Aber du hast doch Großgefechte an, gell? Ja. Da kommt jetzt bestimmt auch eins. Ich find die Muppe halt nicht so schön. Ne, die Mappe ist wirklich nicht schön, aber der Modus ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, aber die Mappe ist... Ich weiß nicht. Vielleicht kommen ja noch welche dazu. Jaaa, wenigstens, keine Arti. Keine Arti und kein Pilser Titel, das ist gut. Ja. Seek AT-8. Ehrlich jetzt? Ja. Wow. Das war ein schicker Spot. Ja. 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 Ich glaub nicht, dass ich den Badshot getroffen hab. Ja. Keiner macht Licht in die Hölle, wie immer. Ja doch, da war ja eben gerade Licht, aber ich habe mir dafür erstmal gleich zwei gefangen, dafür, dass ich da hochgezählt habe. Scheiße. Oh ey, meine Kuh vom E100 ist so scheiße. Oh. 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 Wir haben sie nicht mal angekratzt. Drei Schuss abgegeben, noch nicht ein Damage. 600 kassiert für 780 machen, voller Deal, weil da hinten ein 50b steht und oben snippelt. Drei Schuss abgegeben, noch nicht ein Damage. Drei Schuss abgegeben, noch nicht ein Damage. Drei Schuss abgegeben, noch nicht ein Damage. Ach du blöde I-7, jetzt wechseln wir mal auf. Ihr seid da ja jetzt eigentlich genug für diese eine I-7, ne? Die Arme und seine Kette haben geschossen. Wir schlägen fest. Weiter geht's. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir setzen fest. Aus. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Weiter geht's. Oh, die Schüsse vom E-100 hingehen. Das ist sowas von genial. Wo steht denn der scheiß Alpha? Keine Ahnung. Die würde sich wahrscheinlich auch da hinten in der Ecke verpisst haben. Hey, Knuffi. Hey, lange nicht gesehen. Na, wie geht's dir? Oh, ey. Das gibt's nicht. Wuh-oh. Oh. Ich bin beim Leo einzig durchgekommen. Hey, Nick. Ja, der Hill. Das nervt noch, dass da noch der 50 steht. Der Alpha da hinten ist viel schlimmer. Was ist so schlimm bei dir gewesen? Send doch mal die Blöde hier in 7 heraus, ey. Ich bin hier ein bisschen... Oh, nein. Panzerkampfwagen 1218 und spielt mit einer IS-7 Romaine. Also angenehm sind die Gefächte nicht gerade, Knuffi, muss man schon sagen, aber... Oh, nee, ne? Ja, jetzt bin ich Futter hier. Oh, jetzt war direkt der Ton schon wieder. Ich werde das anziehen, aber nicht. Ah, ich ändere das bald echt wieder. Die haben's nicht hingekriegt, die scheiße IS-7. Die ganze Zeit hat sie jedem aufgemacht. Ach, das ist dieses Voice-Meter-Banana, Knuffi. Was so... Müsste jetzt eigentlich wieder in Ordnung sein. Im Clan, wo ich schon mal war, Imori. Was ehemals Just Four, beziehungsweise Just Five war. Was ist los, Nick? Ähm, ja. Schöne Matten. Hi-6-L-6. Dankeschön, 6-L-6 für dein Follow. 3400 Hesro für Platz. Ja, 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 ja. Wir wechseln immer zwischendurch dann auch auf Zehnerpanzer um. Ich glaube, es ist ein Gegner, der ist nicht mehr vorbei. Na klar. Ausrufe anzeige ich ein TS und dann ziehe ich dich rein und dann... Gebe ich dir Sprachrechte. Warte mal, ist sie überhaupt noch richtig? 667? Mal gucken. Ja. Was ist denn unser Eingangshalle? Ja. Hey, ich sehe Gegner. Timo, ich sehe Gegner. Ich noch nicht. Ich sehe zwar schon welche, aber ich kann ja drauf schießen. Oh, ich habe Schaden gemacht. Wasser. Hallo. Oh. Morgen. nein der jagdpader war meins ein der mensch gemacht und jetzt naja ja schießt du erst mal bitte und das kämpft du erst mal muss dich sowieso gleich erst mal lauter machen ja launch checker anpassen der scheiß premium tank kommt immer durch der pay to win ich habe schon eine zeitlang nicht mehr online gesehen knuffi ich weiß ich habe eine lange lange pause gemacht ja hatte ich auch ich glaube seit januar bis anfang august oder so ja so ungefähr bei mir auch ich hatte irgendwie die freude verloren ja dann haben sie meine artiger kaputt gemacht und dann haben sie jetzt höchertes mal achso ne wot hatte ich eigentlich nur so einen monat oder so paus gemacht ne ich hatte pause vom stream gemacht ja ich auch so lange wie ich nicht gespielt habe ein halbes serietag mit allem seit spiel, seit stream, alles ist plus at8v hahaha oh we get it we get it we get it we get it ja du willst auch nicht schießen aber auch ich glaube du machst offen kann sein, weiß nicht Wir haben halt einen neuen Mitspieler. Was nicht, magst du mitfahren, Knuffi? Knuffi ist gar nicht online. Ach komm, hier nehmen wir mal die fahrende Artillerie. Das hab ich nicht mehr. Hey Rico! Das dauert auch noch gefühlt zwei Milliarden Jahre bis ich zum 10er komme. Schön, oder? Sehr schön, wenn keine Artis da wären. Gibt's n drüben, schnelles. Behe ich mal mal raus? Meinst du, ich komme mit denen da drüben da hin hoch? Du meinst da außen? Ja. Weiß nicht, muss auf jeden Fall treffen, die Stelle. Ich kenn sie ja, ich weiß ja wo ich lang muss. Erkennen tu ich sie auch. Aber treffen tu ich die Stelle immer nicht. Ach, ich lass es. Versuch doch. Oh, unser E4 hat zwei Gunmarks. Und mich hat die Artis schon gefunden. Ja. Ich bin gleich raus aus dem Spiel. Ich krieg die Drecksgun nicht runter. Ich mag diesen Panzer absolut nicht. Ne, ich komm netto. Ich flüchte wieder. Ich flüchte wieder. Ich flüchte wieder. Ich flüchte wieder da. Ich flüchte wieder da. Hebe. Wo fahren wir jetzt schön jetzt? Oho? Ja. Dreckszahle. Dieser Oho war doch gut. Ne. Kann ich auch mit dem 261 durch die Gegend fahren. Das trifft die Gun genauso wenig runter. Oh, der erste Bouncer. Du hattest schabbegeistert am Spiel. Weißt du das? Ja, ich hab nur noch 52 HP. Ja, ich hab nur noch 52 HP. Ich bin über dir verdaut. Ich bin über dir verdaut. Oho. Meine erste Damage. Yay. Oh, Rico. Amisch Rico. Nur mal voll, oh. Wie oft soll ich denn noch am Tiger bauen? Weißt du, beim E3 komme ich ohne Probleme durch. Am Tiger bauen sich. Und dann war's neu. Weißt du jetzt halt. Ich bin mir da hoch. Alla hat mich jetzt in der eigenen Weg nicht. Ey, ich bin auch auf 1800 Damage gekommen. Ja, besser wie nix. Ja. Wie viel fehlt denn noch? Tausend fehlt noch zur großen Gun. Und nächster Gefecht bitte. Wieder. Ja. Wieder Wildpark. Ich brauch nur wieder Großkaliber. Hallo, wir haben vom 6er Gefecht und Wildpark gesprochen und nicht 8er Erlenberg. Ich bleib hier hinten stehen und def die Base. Du bist ganz schön faul mit deinem schnellen Panzer. Ja. Naja, was soll er mit dem 5er im 8er Gefecht aufrichten? 6er. 6er. 6er Gefecht? Mal 8er. Ah, T8 ist 6er. Achso. Der trotzdem mit 6er da drin bringt auch nicht viel, oder? Naja, wenn ich so mit gestern vergleiche, dass ich mit meinem 110er in 10er Gefechten mit 1700 Damage fast immer ans 1 stand unseres Teams, wenn wir verloren hatten. Okay. Das wollte ich eigentlich aufgreifen. Ich überhole dich. Ich bin nur noch die Musik. Dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm. Ahahahaha. Es ist jetzt laufen weiter. was macht die denn da? wieso? wieso? Ging dein Schuss auch ins Nirwana? Ja. Jetzt müsste man eigentlich, wenn man hier die ganze Zeit Churchill fährt, eigentlich so 20 Runden Churchill fahren und dann zwei Runden dahinter Badshad fahren. Geschwindigkeitsrausch. Oder hier Panzer 1C und sich dann die ganze Zeit auf die Seite schmeißen. Aber so hat man wenigstens entspannt Zeit nebenbei was zu trinken. Man hat auch die Hände frei, wenn man die Ponsor fährt. Was du nebenbei machst, will ich ja nicht wissen. Er fährt aber dann von alleine weiter. Nimm doch mal das KV-Dat aus. Nimm doch mal das KV-Dat aus. Hey, warum macht denn da so viel Damage? Panzer 1C, ja. Ah, schon wieder. Oh, unser Badshad ist blau. Ja, ich fahr zurück zu unserer Base. Näh. Ich hab keine Sichtweite um da. Ich auch nicht. Egal. Ich fahr nicht mehr rückwärts. Du musst doch nicht rückwärts fahren, kannst aber vorwärts. Ja. Außerdem, wir hatten im 6er und 7er Gefecht Sichtweite. Ich fahr nicht mehr rückwärts fahren. Untertitelung. BR 2018 Da stand ein STRV. Der steht irgendwo grad vor mir. 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 Der steht irgendwo. Der steht irgendwo grad vor mir. Der steht irgendwo. Der steht irgendwo grad vor mir. 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 Der steht irgendwo vor mir. Der steht irgendwo vor mir. Der steht irgendwo grad vor mir. Da steht irgendwo grad vor mir. Darst du mich? Der steht irgendwo grad vor mir. Der steht irgendwo grad vor mir. Der steht irgendwo Porque nach about mi. my God appelt. Kommt beim 1.1, 2.0 durch. Der geht nicht durch. Alter, WZ verpiss dich doch hier mal. Scheiße ey, der hätte raus sein können schon. Wenn, wenn ein Panzer brennt. Ja. Ja, nett auf mich. Ich habe erstmal von unserem eigenen kassiert. Ich mache aber auch heute Geld durch Leute, durch eigene Leute die mich beschießen. Genau. Wirkungstreffer. Ich schieße zweimal auf dieselbe Stelle. Einmal komme ich durch, einmal durch Kretische Treffer. Moin Monstertodo. Ah, viel Spaß Rico. Ich habe ja vorhin schon in eine Gruppe geschrieben. Ich habe das ganze schon vor drei Wochen erledigt. Ja, er zieht auch nur auf mich. Da sind ja so viele andere. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ja. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Wo ist er? Da. Noch 46.000. Dann werden wir die große Gun jetzt rauspacken. Und dann kommt der nächste Spot. So. Wachtung. Das gibt's nicht automatisches Nachladen. Erstmal überhaupt mal die Zonen reinpacken. Na du, ein Glückspilz, also das mit Essen nehme ich auch gerne, Rico. Ich hab keine weggegeben. Oh Gott, ja. Late at the end of the world. Arise the lion. The tears you left behind so long ago. Da muss ich jetzt faul sein. Ja. Das hab ich verlinkt so lange. Lass mich, ich hab keine weggegeben. Okay. Oh Gott, ja. Ich hab keine weggegeben. Das muss ich nicht so hochstehen. Soll ich den Bezug auf. Das war auf. Soll ich das nicht. Soll ich den Bezug auf? Ach so. Well, ich weiß nicht. Sö mal hier, der Flying-Vollfosten, unser T-34-2-FT, war der nicht mal auch bei der WG-12? Ich meine ja. Ja, A-T-7. Ja, A-T. Ja, A-T-7. Ja, A-T-8. Ja, A-T-8. Ja, A-T-8. Ja, A-T-8. Oh, Panter. 20 bis ich bei mir hoch. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Das war's für mich. Wow. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das ist schön, wenn er auf dich schießt. Er schießt doch nicht auf dich, gell? Ja, weil bei mir kommt er durch, bei dir nicht so. Ja, um die Ecke fahren kann ich aber nicht. Wie mein Schuss ging nicht mehr raus. War das nicht noch mal vor? Ja, das war's für mich. 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 Ja, aber ein Glück, dass er das so erlebt hat. Ja, das war's für mich. 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 Ein Rundverein war's für mich. Eine Runde war's noch. Eine reichte ist noch. Wahrheit ist immer gelassen. ich war jetzt einfach mal die 1er status hoch das will ich sonst mal um ecke fahren kann ich nicht und um hier in die schichter die reinzustellen ist auch zu niedrig die kp der könnte vielleicht frontal durch also der e25 kommt schon mal nicht durch natürlich hat der easy 2 seine haegern drauf auch natürlich Ich bin wirklich in O.E. der hat mich kaputt gemacht ja wohl hatte 15 kämpft bei uns Wollte, er ist einfach geradeaus durchgefahren wahrscheinlich. Nervt, wie den fällen, das fällt der Arme. Nervt. 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 Immer wenn ich abdrücke, dann nehmen die mich vorher raus. Der cdc dachte sich jetzt auch, nehmt ihn doch eher raus. Oh, wir sind auf dem Weg eingefahren. Dann dir noch viel Spaß, ich bin erstmal raus. Bis heute Abend, denke ich. Jo, machs gut. Habe ich jetzt noch ein bisschen Quelle wieder ein? Besatzungserfahrung. Besatzungserfahrung. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Wow. Oh, 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 Das war's. Das war's. Ja, genau. Das war's. 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 Ja, ich hatte sie auch als erstes durch. Ja, ich habe ihn mitgebracht. will denn nicht mehr irgendeiner unserem Jagdtanzer helfen? Ah, das geht garflar. Ja, ich habe die noch zu Zeiten der alten Arties fertig gehabt. Jetzt bin ich hier aufgegangen mit dem Scheiß. Oh, der arme E100, das tut mir leid, da ging die Maus mit der Gun. Ihr Elefant, dankeschön für deinen Follower. Ja, die 2k selber machen, das ist schwer. Ja, die 2k selber machen, das ist schwer. Ja, aber trotzdem buchen. Gegen eine Maus ist die kleine Gun... So, hm. Könnte auch Mad in der Sparrow kommen, so nach dem Motto. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt alles drauf hatte. Achso, ja, da hatte ich schon mehrere gefragt. Und meinten viele, dass dann doch eher der E100 nicht so das dolle Articil ist, wie zum Beispiel der E5 oder der E3. Was ist ein Cocknip zum Spotten? Ja. Das war's für heute. Ich habe die Leitform. Ich habe die Leitform. Oh, Paris. Ich habe die Leitform. 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 Ich habe die Leitform.